So, bevor ich jetzt hier auf eine beliebige Taste drücke, herzlich willkommen zum nächsten Gratisspiel. Musste ich mich wieder so ein bisschen ranhalten, weil ich die Info selber erst gerade bekommen habe. Wir spielen Warhammer Vermintide 2. Das gibt es aktuell gratis auf Steam. Noch bis zum 7.11. müsst ihr euch also so ein bisschen ranhalten und alles was ihr dafür braucht ist einen kostenlosen Steam Account und ihr könnt das Spiel, nachdem ihr das in eure Bibliothek kostenlos hinzugefügt habt, auch dauerhaft behalten. Ich habe keine Ahnung was das für ein Spiel ist. Ich kenne mich mit dem Warhammer Universum auch gar nicht aus. Ich weiß, dass es da auch Tabletop-Spiele gibt und diverse andere PC-Games. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal rein, um was es sich hier handelt. Ich bin sehr gespannt, weil es soll wohl ein paar Spielmechaniken beinhalten, die mich ja auch sehr interessieren. Also Steam sagt, es eignet... Böse Sigma, der Welt schreit in Korruption. Ihr Empire ist abholt mit Heresie. Die Faithful verhügt und die Wäckern verhügt. Böse Sigma, leid mir deine Kraft. Ich gebe mir die Wille, um die Verletz zu verhügt, um die Heretik zu verhügt, um die Hoffnung zu verhügt. Ich verhügt und die Hammer. Ich versuche mich nicht mehr, um die Verkaufgabe zu verhügt. Ich versuche nicht, dass ich nicht weiterhügt, um die Verkaufgabe zu verhügt. Ich versuche nicht, dass nicht zurückzuhalten, um die Flamme der Perzigen zu helfen. Sie fern sich um die Flüge der Fallen. Sie schützen sich um die Chaos-Käose zu zurück. Sie schütze sich um die Ereignisse, um die Verkaufgabe zu dem Chaos-Kaos-Kaos-Kaos-Kaos-Kaos-Kaos-Kaos-Kaos-Kaos-Kaos-Kaos. Ich bin der Licht geblieben. Ich habe es mitgeblieben, habe ich? Wo ist deine Patience, Master Dwarf? Ich habe dich niemals geblieben. Die Krieg hat die Vertrauen geblieben. Wir lernen ihnen die Angst. Sigma sagt mir tatsächlich was. Da habe ich mal ein Display vom Sammelkartenspiel geöffnet, auch aus dem Warhammer-Universum. So, ich hatte das Spiel schon einmal gestartet. Da hatte ich eine Intro-Sequenz durchlaufen, wo ich einen Fahrstuhl irgendwie hochgefahren bin. Ähm, ich wollte das eigentlich nur einmal starten, um die Sound-Einstellung und alles weitere vorzunehmen. Ja, und dann war ich irgendwann hier in diesem Menü, nachdem ich alles eingestellt habe. Also, äh, ich habe da jetzt ein bisschen was verpasst. Ich weiß allerdings auch nicht, ob man das nochmal wiederholen kann. Aber ich würde mal sagen, ist ja auch wurscht. Wir gucken uns einfach mal das Spiel an. Wir können jetzt hier, so wie es aussieht, einen Charakter auswählen. Äh, wir haben hier einmal einen Söldner, Markus Kruber. Ähm, ich denke mal, das sind so Fähigkeiten, die der hat, ne? Vorteile. Hallo, Tree Times. Du, ich habe das mit meiner Leitung hinbekommen. Kann ich ganz, äh, ja, ganz stolz berichten. Das lag an unserem Router. Ich habe das nicht gesehen. Der hat eine Fehlermeldung angezeigt die letzten Tage. Und ich habe das gestern erst bemerkt. Also, jetzt sollten meine Streams wieder absolut flüssig laufen. Ähm, ja. Wir haben hier... Also, ich denke mal, es wird ein Nahkämpfer sein. Der sieht aus wie ein Fernkämpfer. Das ist jetzt nicht so unbedingt mein Fall. Ähm, das wäre hier was für meine Frau. Sieht interessant aus. Ich nehme mal ihn hier. Er scheint so der typische Nahkämpfer hier zu sein. Bestätigen. So, äh, Söldner, Markus Kruber, Level 1. Jo, spielen. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ja, tut mir auch leid, dass du meine letzten Streams da so derart, ähm, Diashow-mäßig ertragen musstest. Ich war da auch schon so gefrustet, ne? Weil ich echt nicht wusste, woran es lag. Ach so, äh, ich dachte, das ist ein Ladebildschirm hier. Ähm, nein, annehmen. So. Äh, die Schatten wachsen gen Norden. Das kostenlose Update der Chaoswüste birgt neue Herausforderungen. Aber ich bin dankbar, dass du bei mir geblieben bist. Ganz ehrlich. Ähm, Sägen und Waffeneigenschaften. Begib dich auf eine Pilgerreise zur Zitadelle der Ewigkeit. Aber nimm dich vor, Bela Kors Intrigen in Acht. Also ich vermute mal, das wird sich hier um eine Art, ähm, Online-Spiel halten. Das ihr normalerweise kaufen müsst. Oh, sieht schon genial aus hier, ne? Aber wie gesagt, aktuell gibt's das bei Steam kostenlos. Und, ähm, so, Steuerung ist WASD-typisch. Mit links schlage ich zu. Gut, mit rechts kann ich blocken. Dann haben wir hier eins und zwei Scheinfähigkeiten zu sein. Kann ich... Ach, nee, da wechsle ich die Waffe. Okay. Okay. Gut, ähm... Hier gibt's Quests anscheinend. Mission auswählen. Schnelles Spiel. Spiele eine zufällige Mission mit einer zusätzlichen Belohnung. Das ist für gewöhnlich der einfachste Weg, eine Gruppe zu finden. Schwierigkeitsgrad nicht verfügbar. Also ich hab jetzt nur absolut keine Ahnung von dem Spiel. Ich würd jetzt hier nicht gleich auf Champion oder so spielen. Beginner Schwierigkeitsgrad. Feinde verhalten sich normal. Nützliche Gegenstände kommen häufig vor. Machen wir mal Recruit. Und... Spielbeitritt. Okay. Ist im Grunde wahrscheinlich die Lobby jetzt hier gerade erst gewesen. Jetzt bin ich ja wieder hier. Folge dem Symbol, um zum Wunderladen zu gelangen. Welchem Symbol? Ich hab da vorne nur das Schild. Ach, hier. Willkommen in Lonas Wunderladen. Alle Waren hier können mit Silbergroschen bezahlt werden. Du kannst Silbergroschen verdienen, indem du Herausforderungen abschließt und Inhalte zum Herunterladen kaufst. Großzügig, wie er ist, hat Lona dir 750 Silbergroschen geschenkt. Oh, wow. Das scheint ein Itemshop hier zu sein. Beansprüche die tägliche Belohnung. Eine Handvoll Silbergroschen. Ähm... Ah, jetzt wird die Gruppe da oben zusammengestellt. Schwierigkeitsgrad Rekrut. Ja, nehmen wir mal an. Also Leute, ich hab keine Ahnung. Ich bin neu. Okay. Die Paak-Swarner terrorizieren die Farben rund Ussingen. So viel, als ich wenig Sympathie für Mei-Fleys, die nicht beurteilen können, um ein Sack zu haben, finde ich es alles schrangihaft... ...kann-nachend. Still... ...ich fühle ich besser, wenn das Blut fliegt. Und das Schreibe beginnt. Ich hatte ja irgendwo gehofft, dass das auch eine Singleplayer-Kampagne beinhaltet hier. Aber ja, wir gucken uns das trotzdem mal an. Es ist gratis momentan. Aber es sieht schon genial aus. Gelange zur Knopfelspielmühle. Okay. Oh, die ersten Gegner. Okay. Stop shooting me, Corellian! We need to climb the fence, meat flies. Was ist das denn hier? Ich kann das irgendwie nicht aktivieren. Boah, was ist das denn hier? Ich vermute mal, dass so ist ein... Na ja, das ist doch so ein Koop-Spiel soll das sein. Ich kriege den Schild nicht da unten von ihm. Was war jetzt hier schon ganz schön durcheinander? Also in der Beschreibung steht Koop für vier Spieler. Aber es hat einen Itemshop, also ich denke mal schon, dass es irgendwo so wie so eine Art MMO ist. Ich hätte gerne mal neue Munition. Ich hätte gerne mal neue Munition. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir einen Fernkämpfer zusammengestellt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir einen Fernkämpfer zusammengestellt. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir einen Fernkämpfer zusammengestellt. Aber die Grafik, die ist genial. Neu. Neu. Das war's! Das war's! Das war's! Zettel mit mirkar. Das war's! Stop! Das war's! Die Joker. Aber in der Überflung ist ja nur noch nicht salvend, wenn ich das warte, du auf dich dich geschucht habe. In der Fall. Das war's. Ich bin am Boden. Also wenn ich jetzt in die Charakterwahl komme, dann muss ich mir unbedingt einen Fernkämpfer zusammenstellen hier. Beziehungsweise auswählen. Aber ich lebe ja noch. Aber ich kann mich nicht bewegen. Oh, hat einer schon die Gruppe verlassen, oder? Ach nee. Na toll, ich hab mich jetzt schon drauf gefreut, hier nochmal einen anderen Charakter wählen zu können. Jetzt beleben die mich wieder. Ich hab keine Munition mehr. Oh, genial. Das sieht so genial aus hier. Gelange zu Holzfruchts Obstgarten. Ich hab's geahnt. Die! Die! I am Jesus Bestpats! Coming, Sir. Keep the fight! Crash her! Crash her! Nein! Das passiert, wenn man einen Neuling in der Gruppe hat. Jetzt liegen wir alle am Boden. Ja, Niederlage. Sehr schön. Oh, es gibt trotzdem Erfahrungspunkte. Helle Bade, Waffe freigeschaltet. Schaden an Monstern habe ich am meisten gemacht. Insgesamt getötet. Na ja, so schlecht bin ich ja. Obwohl doch, ich bin der Letzte. 23. Ich würde gerne eine andere Figur wählen. Gibt das hier irgendwo? Heldenwahl. Ja. Er war ein Fernkämpfer hier, ne? Überlebenskünstler. Probieren wir mal den. Die anderen sind ja gerade alle belegt. Oh, er hat ja auch einen Hammer. Kriegsbeute. Hm. Kann man das hier auch irgendwo ausrüsten? Kann man das hier auch irgendwo ausrüsten? Okay. Talente. Haben wir noch nicht das richtige Level für. Herstellen, Kosmetik. Gut, das gucke ich mir alles mal später irgendwann an. Ah, ich kann ausweichen. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber das Dach ist undicht. Kommt jetzt noch eine Mission, oder nicht? Was haut denn der auf mich ein? Oh. 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 In der Orte Jan-Louis. Was nun? Ich bin aus der Gruppe raus. Ja, das ist schon eher meins. Spiel gefunden. Dein Held ist nicht verfügbar. Wähle einen neuen aus und beitrete. Ich will keinen neuen auswählen. Nee. Boah, das kann doch nicht sein. Kampfzauberin. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die sich spielt. Okay. Mal schauen. Ach, schon wieder. Da waren wir doch eben schon mal. Also, die scheint ja hier wenigstens unbegrenzte Magie zu haben. Also, äh, Munition. Sagen wir mal so. Oho, he's a specialist in daring rescue. Over the fence, Strengberazzi. Oho, that's how Cousin Ockery used to do it. They said plague monks for us. Stop that many, you darn fool. Oho, a mighty blow. Oho. Shield of Rats, check your sweets. I will not run from the friendly things. Not bad. Then a pratik will make a soldier on you. Oho, man. Come on! Komm herr, Atoki! Who else will trick me? Poor little hot rat! What a shame! You're not dead, Marcus. Hush, you're moaning! First farm! It's empty! Hold on, let me drink this! Ah, mayfly healing tools. Gods help me. Is it up here to bind me head to throat? The dead are always with us. No one to save. And the road leads on! I need a woman. I need a woman. And I think, wer hier Freund und Feind is. Die Klassen sind halt auch gewöhnungsbedürftig, finde ich. Ich meine, Warhammer-Fans, die werden sich hier wahrscheinlich eher zurechtfinden. Ich meine, Warhammer-Fans, die sind auch das Gefühl, meine Läden sind abhängig von meinem Rage, oder was das hier sein soll. Wenn ich jetzt noch weiterzaubern würde, dann würde ich umfallen. Oh Gott. Ich meine, Warhammer-Fans, die sind nicht. Ich meine, Warhammer-Fans, die sind nicht. Ich meine, Warhammer-Fans, die sind nicht verwendet. Ich meine, Warhammer-Fans. Ich meine, Warhammer-Fans. Ich meine, Warhammer-Fans. Aber es macht schon Spaß, ne? Also, ich denke mal, wenn man sich hier so ein bisschen einspielt und die Klassen kennenlernt mit den Fähigkeiten, dann fehlt man hier auch nicht so oft. Oh. Ja, so wie ich jetzt. Ja, so wie ich jetzt. Ich weiß halt auch nicht, wenn das Graue da unten meine Lebensleiste ist, ne? Ich verliere ja die ganze Zeit Leben. Danke für dein Follow. Oh, jetzt bin ich wohl endgültig tot. Gut. Ja. 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 Jetzt kann ich meiner verbliebenen Gruppe hier noch beim Spielen zugucken. You're next. Only hurts when I laugh, and when I breathe. You're as bad as Cossor Acri. Accept some help, Mazumki. Perfect. You're next. You're out help dead. Ich weiß jetzt nicht, warum der sterben wollte. Aber zu zweit werden die sicherlich hier keine große Chance mehr haben, oder? Ja. Bei denen sieht das so einfach aus. War der nicht auch schon tot? Haben die den jetzt wieder ins Spiel geholt? Oh, ich bin auch wieder da. Okay. Jetzt ist meine Lebensleiste auch grün. Vorhin war sie ja die ganze Zeit... Meine Güte. Ich bin auch wieder da. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020 Im Auftrag des ZDF, 2020 Ja! Wo ist er denn? Voll abbekommen. Ich fasse es nicht. Haben wir den jetzt echt besiegt? Ach, ich habe Blutungsschaden. Ich weiß bloß nicht, wo mir das angezeigt wird, aber ich verliere Leben. Was ist das denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich nicht gedacht habe. Ich habe keine solchen Illusionen. Allow mir ein bisschen, Worteil. Die Weavers screamen! Kill das Blutstormer! Silence that Blutstormer so we can breathe again! Ich kippe bestimmt gleich um. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich folge den anderen einfach nur. Ach, Mann. Ja, help. Wir sollen da helfen. Ist keiner mehr da. Ja, ich habe das auch mitbekommen. Da könnte ich irgendwie so einen komischen Sprung machen. Ich habe aber keine Ahnung, warum ich ständig Leben verloren habe. Neue Waffe freigeschalten. Okay, und das bleibt dann so, dass man die ständig verliert. Weil ich habe immer gedacht, ich bin vergiftet oder habe Blutungsschaden. Okay. Ich kann jetzt bestimmt wieder keinen anderen Helden nehmen. Ich meine, die war ja nicht schlecht, ne, aber... Also ich habe das hier heute tatsächlich das erste Mal installiert, weil ich gesehen habe, dass es ein Gratisspiel ist. Also, dass da zur Zeit eine Aktion läuft, wo man es gratis runterladen kann. Und das wollte ich dann auch hier mal zeigen. Gut, aber ich denke mal, ich werde es jetzt auch dabei belassen. Das sollte ja bloß mal eine kurze Spielvorstellung sein. Ich werde hier bestimmt noch öfter mal reinschauen. Aber für diese Folge soll es das erst mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.